Obersankt Pfeil, Ende der Fahrtrichtung 2, umsteigen zu U4, 47a Freiselgasse, umsteigen zu 53a Unter Sankt Pfeil, Verbindungsbahn, umsteigen zu 10 Horaishi-Gasse, Gogol-Gasse, Tolstoi-Gasse, Heitinger-Gasse, Radmannsdorf-Gasse Volkersbergstraße, umsteigen zu 62 Goba-Gasse, Gemeindeberggasse Stopp im Weg Gehlen-Gasse Steifertstraße Einsiedelei-Gasse Angermeiergasse Volkradplatz, umsteigen zu 53a in Richtung Bahnhof Hütteldorf Rohrbacherstraße, Ende der Fahrtrichtung 1, umsteigen zu 53a in Richtung Unter Sankt Pfeil, Verbindungsbahn Obersankt Pfeil, Franz-Bosgasse, umsteigen zu U4 Obersankt Pfeil, Ende der Fahrtrichtung 2, umsteigen zu U4, 47a Obersankt Pfeil, Cannst Pfeil, Verbindungsbahn Bis zum nächsten Mal.